Ich muss mal bei den Gebäuden probieren an der Schule. Hochhäuser. Ja. Behen. Genau. Und 100% markiert bei mir mit. Lusten töten. Und raus. 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 Da kann man nicht aufs Dach. Den Rest kann man aufs Dach. Bei mir wären noch ein zwei Rucksack, falls ihr wollt. Ja, lass uns jetzt erstmal hier looten. Überall. Ja, ich meine. Da hat unser teammate schon fast tot. Der hat grad die Schüsse abbekommen. Geil. Der ist irgendwo runter gesprungen. Der ist irgendwo runter gesprungen. Lebendiges Schuttschut. Ich schätze mal, der wird irgendwo runter gesprungen sein. Alter, ich hab schon komplette Ausrüstung für M4 und AK. Da war keine Waffe. Brauche ich ein Rucksack. Der spricht die ganze Zeit. Irgendein Scheiß. Ah. Ah ne, der schnauft. Ja, aber vorhin hat er irgendein Scheiß gesprochen. Ganz leise. Alter, ernsthaft, Alter. Keine Waffe. Kein Rucksack. Ach, der ist tot. Ja. Deswegen hat er geschnauert. War die ganze Zeit im Geballer. Was? War die ganze Zeit im Schießen. Nee, was Stebelf gesagt hat. Oh ja, deswegen war er geschnaufen. Der hat geschnauft, da hat er noch half viel Leben gehabt. Deswegen sag ich ja, er ist gerannt. Wenn du einen Rucksack brauchst, bei mir unten ist auch noch mit 2 Rucksack. Okay, nee, jetzt hab ich Rucksack. Da war immer noch keine Waffe, Alter. Für mies. Wumpe, mehr nichts. Das ganze Haus ist voll mit 2 Rucksack. Ja, ich hab nur einer. Oder zumindest mal ein zweier Helm. Super. Nicht wirklich. Das bringt mir 4. 6 Pistole. Alter, wirklich kompletter Haus durch und nichts. Oh, hat die schon. Unition, Griff. Batti Mitte Mitte Mitte. Ich glaube, wo mir jetzt komplett... Nein, ich bin jetzt gerade mal mein Haus durch. Warst ihr das? Ja. Nein. Alter Bobby, was schmeißt du jetzt mal Granaten? Muss sein. Aufmerksamkeit erwägen. Wissen, dass wir da sind. Und... 16. Alles nur eine Rucksäcke, man verarschen. Da drüben ist immer noch ein zweier Rucksack. Unten. Ich hab auch nur eine Rucksack. Wie geht denn das andere Haus, wo ich war, da sind mehrere zwei Rucksäcke. Unten sind glaube ich sogar zwei zwei Rucksäcke. Okay, ich hab meine... So. Glaub ich. Alter, hier liegt die Munition, aber keine Waffe, alles klar. Was ist die Muni? Die... Wie er ist? 5 und 6. Alter, hier liegt ein zweier Rucksack. Wer hat geschossen? Hat einer. Ich. Was haben wir? Ne, ich wollte gerade fragen, hat einer geschossen. Also hier bei mir wäre noch ein zweier Rucksack jetzt so. Ja, ich komm hoch. Ich muss mal sagen... In den Dreier Rucksack. Wo? Ja. Ja, klar. Rechts im Raum, hinter dir. Andere Seite. Herzmittel auf dem Dach. Ja, mal rüber ins andere Gebäude. Wo geht's ab? Ja, ich hätte dir gerade fast in den Kopf geschossen. Bei mir? Ja. Weil ich runtergesprungen bin. Ja, gerade eben wischen auf dem Dach, weil auf einmal stehst du vor mir. Alter, hier liegt ein Tod auch drinne. Ja, das ist unser Mate wahrscheinlich. Ja. Wir gehen ins gute Haus. Mal sehen wie gescannt. Ich glaube hier über mir sind noch welche. Ja. Ja Drin Hier im Haus höre ich Steps Alter hier wurde aber nicht wirklich gelootet Noch ne Pfanne wenn einer will Ich hab so viel M4 Munition und so was alter M4 kannst du brauchen die Muni ich hab M16 Ja ich will die Waffe gerne mal haben Ja die würd ich auch gerne haben Was ist die M4 Munition? Die 5er M5 6 Ja ich hab nur 30 Schuss die kannst du mehr abbringen Meinst du auf dem Dach oder? Nein hier in meinem Stockwerk wo ich bin Und dann links rein gleich erste Bart Andere Seite also Da ist er Was? Nein die Pfanne Achso Ich hab jetzt einen Spieler wo sind die? Keine Ahnung Ich hab davor Steps gehört Hast du Munition mit dir? Stepan kurz ruhig Ja ich bin auf dem Dach Ich glaub da hat jemand mit SKS und Schalldämpfer geschossen Ah Schule ist einer Der ist da grad gerannt Da rennt er grad Seht den? Richtung 285 Nein 3 Stück zwischen die Also da wo der Eingang ist ungefähr Ja scheiß drauf Bobby Wir sollten mal gucken dass wir weiter gehen Dass wir noch looten Ja ich hab selber nur 90 Schuss dafür Ich brauch Ja hier können wir nehmen Achso ja Ne dann lass Ja ich hab ja noch keine Waffe dafür 5 5 6 oder was Ja Hat jemand ein Visier irgendeins? Äh Ein Rotpunkt Und das Brausch Ja ich hab ein Rotpunkt Ich hab komplette Ausstattung Ich hab Magazin, Frontgriff Ich hab alles für die M16 Und M4 Gib mal her Bobby Hm? Wenn du einen Rotpunkt übrig hast Ne ich hab nur eins Und das Brausch Du wieder die Sniper Snipe krieg ich jetzt Ja in Kopf Kann ich so nur an mir laufen Wenn ich mit einer Brat von oben mich schlack Alter rauf dich doch alter Halbtot du bist so ein Mongo Ohne Witz Meine Autoshutgun Ab da raus aus dem Bereich Die Tür von der Garage ist noch zu Aber das hat nichts zu heißen Vorne ist offen Und steht oft ein DUT-Jet drin Auto nicht da Wurde nicht gelootet aus Ja hier drinnen wurde nicht gelootet Okay ich hab ne AK Ich hab Muni dafür Ich hab Muni dafür Okay Wär nicht schlecht Hat einer von euch geworfen? Mhm Wär wohl Alter Bobby Zeig doch nicht immer wo wir sind Scheiße Da liegt die AK Muni Danke Da steht ein Auto Da steht ein Auto Da steht ein Auto Ich kann mal sagen Fatsen wir mal da rüber Oh da hinten ist auch noch ein Buggy Cool Hm Der hoch? Ne nach rechts, nach rechts Da gelb markiert Schon ein bisschen weiter Bei den Tagebau Oder was ist das? Wie guckt man immer raus? Hier ist auch noch nicht gelootet Rechte Maustaste Ich kann einfach nur zielen Ehrlich 3er Rucksack 1er Weste 4-fach Sucher Ska Also ich hab für euch Muni Wenn du nen Sucher hast Ich hab die Schneider 4-fach hab ich nur 4-fach Ist einer noch AK Munition? Was ist das für eine? Nein Gelbe Warte, muss ich gleich gucken 6-2 2-2 Habe ich 8 Schuss? Komm, ja Ja, besser als gar nichts Ah, vergiss es Brauch ich selber Das ist ja für meine Sniper Da wo gelb markiert ist Das größere Gebiet jetzt so noch Da wird sie immer Auto behalten, älter Da Und auf die fahren anständig fahren So Ich dachte wir machen jetzt dann 10-fach einen Backflip Stopp 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 Ich wollte nur aus dem bisschen gucken ob Türen offen sind Halt er da schon die Lagerhalle? Beifachsucher liegt da Beifach? Beifach ja Vierfach oder Achtfach? Oh das scheiß Führerzeug, ich glaub hier sind Auto direkt bei mir Alter bei uns hier kommt ein Airdrop Weit Ja bei mir sind Buggy Ah ich hab's richtig gehört Was ist Gegner? Ja Loll Ich hab's nicht richtig hören können wegen Flugzeug Das ist in der Lagerhalle Ja Okay Mann ich hab meine M4 Loll Lass mal Airdrop holen oder? Also erst die Brushen und dann Airdrop Kann man machen Wo sind die? Sind ich Ich hab's im Blick behalten Ich guck Lagerhalle Eingang Hier sein oder was? Hinter der Lagerhalle Weggefahren Da oben steht ein Jeep Ja Ja Der Airdrop jetzt eigentlich Weiß nicht Oh da oben steht der Buggy Auf dem Berg Wo? Wo? Hier wenn du aus der Halle bei mir rausguckst Links oben aber Wo? Wenn die sein mit Sniper Oben am Haus schießen Oh oben am Haus sehe ich welche laufen Einer kommt zu uns runtergelaufen Lass ihn doch Lass ihn doch Jetzt da genau vor mir äh bei 15 An dem großen Baum An dem vorderen linken Da ist der in die Kron reingelaufen Okay Auto Ja Vor uns steht der Buggy Direkt vor uns Ja und da Er hat weggefahren Da an den Kron Wo du meinst Da sind Leute noch Von denen ist der Buggy Buggy Mit Vorurteilen Weil Die können jetzt berghoch laufen Bäumen Das haben sie auch schon getan Wir haben doch auch noch unser Auto Wir haben doch auch noch unser Auto Vielleicht geht doch in die Richtung da Okay ne eher nach links Oben am Haus sind welche Wo? Am grauen Haus Oben Auf dem Berg Besucht jetzt? Da hab ich grad einen langlaufen Ne ich hab nur ein zweifachs Doch Ja links am Fenster Links am Fenster Ist jetzt auch ein Balkon raus Ah da oben ist der Airdrop Deswegen sind die da Der eine ist locker am Airdrop Aufpassen Bis hinter den Bäumen Auf dem Berg Lauf die bisschen Ja wir haben nicht mehr allzu viel Zeit Wir sollten uns glaub ich mal unser Auto schnappen Und uns verpissen Weiter fahren Vor allem die da oben haben Airdrop Oder ich würd halt gerne mal rein gucken Weil vielleicht was gescheites drin legt Und sie sind nicht genommen Waren jetzt überhaupt unser Auto alter Hinten Ja Leute ihr solltet vielleicht irgendwann mal kommen Wir sind genau an der Grenze hier außen Wir sind schon weiter wie du Oder meinst du im Auto? Ihr werdet euch falls nämlich schon umfangen Achso ja nein passt alter ich hab's verrafft Passt hab's verrafft man Das Ganze kommt ja erst zu uns hierher Drop würde ich halt gerne mal Vierfach oder wer hat vierfach? Ich hab vierfach Schock mal hoch zum Drop Ich sehe keinen Drop Das ist ja das Problem Der ist hier Direkt hinter den Bäumen Der steht auf dem Hügel Rechts vom roten Haus Bei mir alles verdeckt Ich laufe ein bisschen näher Was war da? Ja ok Da ist vor einer hingelaufen Also der ist von da pro gelootet Das war der auf den ich geschossen hatte Da ist auch einer pro der der oben im Haus war davor Alter hier liegt ne VVS Bobby Wo? Hier unten an der Bank Hier an ihrem kleinen Schuppen Ah aber Ich spiel lieber nicht Wenn du willst kannst du sie nehmen aber Da liegen zwei Leichen Zwei Leichen Der airdrop wird Gelootet sein Ja Gelootet Da liegt Heilzeug Das ist ja auch Der 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 Ich würde mal sagen, ab zum Auto. Weiter. Hier ist doch ein Buggy. Der Buggy ist nur zwei Sitzer. Der ist eh fast leer. Alter, packt der Baum bei dir hier auch in der Luft? Nein. Guck mal, der packt zur Hälfte in der Luft. Ja, das habe ich auch gehabt wohl. Das ist der nämlich. Ich fahr mich doch. Ja. Bescheid. Hier, du läufst da vor mir hin und her. Kannst ihr im Auto verbinden. Alter, ich wurde getroffen. Von was? Von einem Sniper. Ich bin fast tot. Von meinem Leben an. Ja, muss ein Sniper gewesen sein. Alter, und ich habe eine Verbandstasche, Alter. Ja. Ja, vier. Ja, wurde hier noch nicht gebootet. Ja, Mann. Ich habe noch einen Vierfachsucher. Ja, ich habe noch einen Vierfachsucher. Ja. Boah, hinter uns geht's ab. Oh, die Wand kommt. Jungs, rennt. Oh, da oben sehe ich einen laufen. Alter, wie das genutzt. Alter. Alter, ich habe ihn getroffen. Ich bin ausgenutzt durch die Zone. Oh, fuck. Alter, voll an die Pfanne. Ey, da oben rennen mehrere, Alter. Aufpassen. Ah, ich sehe es. Links noch einer ein bisschen. Richtung Norden. Bobby, komm du erstmal hier zu mir. Ja. Ich reed's dich. Bleib stehen, bleib stehen. Nein. Hier links oben, Alter. Der hat uns jetzt im Visier. Hast du Heilzeug? Nein. Motorrad kommt. Äh, neben uns ist ein Airdrop. Wollen wir den holen? Okay, ich habe ihn. Der eine ist tot. Direkt neben uns, sehr nah, ist ein Airdrop über den Hügel. Ja, hier. Dann ist er da. Hier bei mir. Da oben sind überall Gegner, Alter. Ja, wenn wir hier hinter dem Hügel sind, sind wir safe. So, ganz schön weit weg. Nicht weit weg. Alter, diese Fliegen, Alter. Das sind Kampfstaffeln, Alter. Haben sehr wahrscheinlich das Glück und Erster da. Hoffentlich ist da AWM drin. Mit 8x. Nichts zu verbinden, Alter. Das ist so pervers. Kann dir Zeug gleich geben. Könnt ihr mich decken? Ja, dann machen wir ein bisschen langsamer. Euer Rucksack. M24. Alter. Nein. Äh, läuft. Ich empfehlen's von Schmidt. Na, ähm, Kompensator. Na, da rechts oben auf dem Hügel. Mhm. Wann ist auch noch älter. Ich würde sagen, ich gucke dann auf dem Hügel. Auf die rechts, oder? Hast du irgendwie noch was zum, äh, wie heißt, verbinden, oder? Ja. Komm her. Ich brauche Sachen wie Red Bull und Zeug zu verbinden. Ja. Ja. Danke. Hier. Alter, was geht hier ab mit Flash? Alter! Nein, jetzt. Von wo? Ja. Ja, zu mir. Yo. Von oben, von überall, Alter. Kannst nicht helfen. Ja, ich muss mich erstmal kurz selber verbinden. Ja, du bist leider nicht zu mir gekommen. Das war die Scheiße. Der schießt irgendwo von rechts zurück. Wir sind jetzt beide tot. Ja, genau, tot. Ja. Der müsste da wegkommen müssen. Andere Seite. Ach, da unten? Hä? Ja, das war der auf dem Feld unten. Aber das Geile ist, jetzt hat er bei mir durch den Baum durchgeschossen. Wo zieht du hin, Kevin? Da sind welche im Haus. Ja, bei mir hast du oben an die Ecke vom Fenster gezielt. Deswegen. Da ist wieder nur so'n scheiß Bug. Der war grad. Er kämmt dich noch ein bisschen. Die meisten haben alles nice. Alter, dieser scheiß Bug, Mann. Ich seh nicht mal, wo er hinschießt. Ja. Sein Zielvisier ist bei mir genau im Weg. Ja, komm. Alter. Hat es bei dir sich auch grad so gedreht? Ja. Ich hab ihn aber auch angeschossen. Am Kopf eigentlich. Ja, ich kann's nicht sagen. Ich hab's nicht gesehen. Bei dir vom Zielvisier, das Ding war genau mitten im Bild. Also voll der Bug, Alter. Ja.